Heute zerschneiden wir Text mit CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um CSS, beziehungsweise wir werden heute Text mit CSS zerschneiden. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wir machen etwas, wenn wir mit der Maus rübergehen, zerschneidet sich das und es ist ziemlich einfach einzusetzen. Wir können das Ganze mit HTML bzw. CSS komplett umsetzen und wir brauchen dazu kein JavaScript. Was heißt, dieses Video richtet sich an relativ viele Beginner. Das seht ihr auch an den Punkten im Thumbnail. Grundsätzlich, falls ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben ist der Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen eure Fragen zu diesem Video, aber auch zu anderen Themen stellen. Ansonsten legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit unserem heutigen Video. Als erstes wie immer mit einer kleinen Live-Demo von dem, was wir eigentlich machen. Und ihr findet das Ganze natürlich als Demo unten verlinkt. Wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, wird der Text zerschnitten. Wenn ich den Text wieder verlasse, setzt er sich wieder zusammen. Nicht wirklich viel, aber sieht ziemlich cool aus. Es ist sehr einfach nachzumachen und damit legen wir jetzt direkt los. So und los geht's mit unserem heutigen Video und zwar dem richtigen Tutorial. Wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung eine Anleitung meines gesamten Setups, was ich hier nutze. Ansonsten, wir nutzen heute nur die Index-HTML und die Main-Sass, wie ihr hier oben auch seht. Deswegen schließe ich das hier an der Seite. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. In unserer Index-HTML brauchen wir natürlich den Text. Der steht hier schon drin. Ihr seht hier, wenn ich das Ganze mal abspeichern würde, seht ihr hier auch wunderbar einen Text. Und da sieht man hier, es ist ein H2. Allerdings kann man das so einfach nicht nutzen. Was heißt, wir müssen unseren Text hier in einen Span packen. Was heißt, wir können den Text nicht einfach so verwenden, sondern der muss hier drin sein. Und wir brauchen den nicht nur einmal, sondern wir brauchen den mehrfach und zwar dreimal. Und zusätzlich brauchen die unteren beiden hier eine Klasse und zwar einmal Top und die unterste Sektion im Prinzip Bottom. Das hat im Prinzip den einzigen Grund. Dieser Text hier, den fassen wir nicht an. Der setzt praktisch unsere Box eine entsprechende Weite, eine entsprechende Höhe, so groß wie halt unser Text eben ist. Und diese beiden Boxen hier werden wir später so behandeln, dass wir die übereinander stapeln. Also alle drei Ebenen werden später exakt übereinander liegen und wir werden diese beiden Ebenen, nämlich Top und Bottom, zerschneiden und dann später mit CSS wieder zusammensetzen. Ihr könnt theoretisch dieses Video auch erweitern und das hier nicht nur in zwei Teile zersplittern, sondern in 50. Dann müsstet ihr hier ganz viele Spans haben, die das jeweils zersplittern. Man könnte das Ganze jetzt ziemlich aufwendig mit JavaScript lösen, dass es beispielsweise per Zufall zersplittert wird. Man könnte sich einen kleinen Algorithmus schreiben, der einem die Splitter wieder zusammensetzt und so weiter. Aber das wäre richtig krass. Also wenn das jemand von euch macht, verlinkt das einfach mal unter der Videobeschreibung. Das würde ich gerne sehen. Wir machen das jetzt mit zwei, also unten und oben. Und mehr müssen wir hier in unserem HTML gar nicht machen. Das speichern wir jetzt ab. Und jetzt sehen wir hier, wir haben unseren Text dreimal. Das nächste, was wir machen, wir gehen hier in die Main-Sass. Hier habe ich natürlich immer meinen Boilerplate-Text schon. Den brauchen wir nicht. Das heißt, ich mache uns hier mal ein bisschen Platz. So, und jetzt brauchen wir nämlich hier ein bisschen CSS. Und zwar als erstes nutzen wir einfach unsere H2, um die ein bisschen zu stylen. Und als erstes sagen wir immer Color White. Das heißt, wir wollen eine weiße Schriftfarbe haben. Wir sagen Text Transform. Transform. So, Uppercase. Das heißt, wir wollen alles groß haben. Das passt sich jetzt auch direkt an. Dann sagen wir hier Font Size 5 Rem. Das heißt, wir wollen das Ganze auch richtig groß haben. Das könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr wollt. Das Wichtige ist jetzt nämlich Position Relative, was wir benutzen müssen. Und wir wollen hier auch Transition All 250 Millisekunden. Das heißt, wir wollen, dass es sich animiert. Und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen Span. Und das erste, was wir in diesem Span sagen, ist, ups, wir gehen hier nochmal rein und sagen Span Top, Span Bottom. Was heißt, wir wollen jetzt nur die Spans ansprechen, die entweder die Klasse Top oder die Klasse Bottom haben. Und denen wollen wir jetzt etwas mitgeben. Und zwar sagen wir denen als erstes Position, nicht Relative, sondern Absolute. Dann sagen wir Top 0 und Left 0. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, seht ihr, dass das jetzt nur noch ein Text hier sichtbar ist. Aber das stimmt nicht. Sondern wir haben insgesamt drei Texte, die hier sichtbar sind. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr auch, dass die alle genau übereinander liegen. Und deswegen sieht das so aus, als wenn es nur ein Text ist. Aber es sind eigentlich drei. Das nächste, was wir brauchen, wenn wir das jetzt soweit animiert haben, sagen wir, wir wollen jetzt diese Texte mit Opacity 1 anzeigen, den Span im Allgemeinen aber mit Opacity 0 ausblenden. Deswegen sehen wir jetzt hier immer noch dasselbe. Aber unser ursprünglicher Span, also dieser hier, der uns nur die Größe unserer Box definiert und dafür sorgt, dass unser Text nicht umbricht. Dieser ist sichtbar, also nicht mehr sichtbar. Nur noch die beiden unteren sind sichtbar. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben jetzt hier soweit alles gestylt und können jetzt hier hingehen und unsere Transition auch auf unsere beiden Spans legen, damit auch diese später animiert werden. Außerdem müssen wir hier jetzt sagen Z minus Index. Das heißt, wir wollen die Ebene, dass die immer sichtbar ist, egal was kommt. Und das machen wir einfach mit Span 5. Das heißt, damit überliegt das überall drüber und sollte ohne Probleme funktionieren. Das nächste, was wir jetzt brauchen, wir müssen Span Top und Bottom gezielt einzeln ansprechen. Was heißt, wir sagen jetzt Span Top, bekommt nämlich jetzt eine Clip Mask. Damit können wir Diff Container oder Spans oder was auch immer beschneiden. Und wir wollen in unserem Fall, es gibt ganz viele verschiedene Formen, unten in der Videobeschreibung verlinke ich eine Übersicht über alle Formen, die ihr nutzen könnt. Ihr müsst die dann jeweils halt für euer Zweck anpassen. In unserem Fall sage ich jetzt, ich möchte gerne ein Polygon nutzen. Und das beschreibt sich so, dass die obere Ecke unseres Polygons, wir haben vier Punkte, die wir frei vergeben können, die soll genau in der oberen Ecke unseres Cs sein, also genau hier. Das wäre in unserem Fall die Koordinaten 0,0. Dann von hier der zweite Punkt soll auch hier oben ganz in der Ecke sein. Was heißt, wir sagen, okay, geh 100% auf die rechte Seite, aber ganz oben. Dann der nächste Punkt sagen wir, okay, auch ganz auf der rechten Seite, aber nur noch 30% von oben. Und der untere Punkt, also der, der hier sein soll, da sagen wir, okay, 0% von rechts, aber bitte 60% von oben. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich einmal kopieren. Was heißt, einmal markieren, nächste Zeile, einmal wieder einfügen und fügen hier statt Top die Klasse Bottom ein. Und jetzt, wenn man richtig nachgedacht hat, muss man natürlich den unteren Text exakt spiegelverkehrt schneiden. Was heißt, wir beginnen hier nicht mit 0,0, sondern mit 0 und 60. Das heißt, wir spiegeln exakt das hier oben, nur von unten, dass wir sagen, okay, nehme hier bitte nicht unsere, nehme den ersten Punkt bei 0 und 60 von oben. Dann den nächsten Punkt bitte bei 130. Das heißt, wir gehen jetzt ja von hier so schräg hoch, dass das irgendwo hier bei dem Ausrufezeichen ist. Sagen also hier 30% und sagen hier 100 auf 100. Das heißt, unser dritter Punkt soll hier unten sein und unser vierter Punkt soll bei 0 und 100 sein. Das heißt, der soll ganz unten bei dem C hinterlegt werden. Man kann jetzt natürlich das hier noch ein bisschen schöner anpassen. Vor allem, wenn man mit mehreren Formen arbeitet, können wir zum Beispiel uns hier einfach sagen, zum Beispiel Point A, sagen wir 60% und hier sagen wir Point B, 30%. Jetzt könnten wir hingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt statt unseren 60%, die wir hier oben vergeben haben, sagen wir hier 60, hier 60 und dann haben wir unseren Point B. Zack und damit ersetzen wir jetzt hier unsere 30er und jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir das abspeichern, das später dynamischer anzupassen. Aber es passiert jetzt noch nichts. Wir haben jetzt aber unseren Text wirklich zerschnitten. Also der besteht jetzt nicht mehr aus einem Teil, sondern wenn wir jetzt hier reingehen und hier drüber gehen, sehen wir, sehen wir gar nicht, wird gar nicht angezeigt. Egal, das ist auch nicht so wichtig. Wir müssen jetzt das Ganze natürlich noch animieren und dafür sagen wir und Hover, was heißt, wenn wir in unserem H2 sind und da drüber hovern, dann soll etwas passieren und zwar sagen wir Transform. Warum macht das das nicht? Komisch. Sagen wir Transform, sagen hier Rotate, das heißt, wir wollen das Ganze ein bisschen drehen und sagen einfach minus 5 Degree. Wollen wir das Ganze, also die gesamte Überschrift, mal so ein bisschen drehen, wie ihr vorhin hier in der Live-Demo gesehen habt. Und dann nehmen wir hier unseren Span Top und sagen hier Transform, Translate und sagen hier jetzt, okay, wir wollen das Ganze nach links rüberziehen mit minus 10 und ein bisschen nach oben mit minus 5. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal, fügen das hier unten wieder ein. Natürlich mit Bottom das Ganze auch noch und sagen hier, das Ganze wollen wir rüber schieben und ein bisschen nach unten ziehen, speichern das Ganze ab und wenn ich jetzt mit der Maus hier drüber gehe, sehen wir, das Ganze wird zerschnitten. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt hier dynamisch gestaltet, was heißt, wir könnten das jetzt beliebig anpassen. Wir können ja zum Beispiel hier sagen, wir wollen das auf 10 und 90. Es muss halt immer zusammen 100 ergeben. Wir könnten theoretisch das Ganze sogar noch mehr optimieren und sagen, dass wir einfach nur 10% vergeben und die restliche Schnittmenge passt sich an. Das wäre natürlich noch optimaler. Aber wenn wir jetzt hier mit der Maus drüber gehen, seht ihr, wie sich die Kurve quasi verändert, wie wir das Ganze schneiden und ihr könnt das jetzt über diese beiden Punkte hier wunderbar regeln und euch beliebig anpassen, so wie ihr Lust und Laune dazu habt. So, das war es wieder für diese Woche mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben oder einfach einen Kommentar unter das Video zu schreiben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit neuen Themen wieder. Falls ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr unten aber auch noch Amazon Affiliate oder andere Affiliate-Seiten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, bis nächste Woche und ciao.